Der schrittweise Ausstieg aus der Atomkraft hat Deutschland bislang offenbar keine Energieengpässe beschert. Im Gegenteil, 2012 wurde sogar so viel Strom exportiert wie seit fünf Jahren nicht mehr. Grund für den Überschuss ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes die Zunahme von Solar- und Windstrom. Hauptabnehmer waren die Niederlande, Österreich oder die Schweiz. Damit haben deutsche Stromkonzerne übrigens einen Überschuss von 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. In Berlin ist meine Kollegin Gabi Kostorz zugeschaltet. Frau Kostorz, warum importieren diese Länder deutschen Strom? Das liegt daran, dass der Strom in Deutschland immer billiger wird durch den massiven Ausbau der Ökostromenergie. Und zwar haben wir jetzt einen Anteil von fast 25 Prozent an Ökostrom in Deutschland, der allerdings schwankend ins Netz eingespeist wird. Und immer dann, wenn er da ist, im Überschuss führt er dazu, dass der Börsenstrompreis, zu dem sich die großen Konzerne auch eindecken, dass der sinkt. Und das ist dann für die Kunden im Ausland auch attraktiv. Das heißt, für die ist es billiger, deutschen Ökostrom zu importieren, als selbst welchen zu produzieren? Unter Umständen. Das ganze Netz ist ja ein Ausgleich. Also der Strom macht nicht an den Ländergrenzen Halt, sondern es wird, Deutschland hat immer Strom exportiert und Strom importiert. Unter anderem importieren wir aus Frankreich, das ist eines der Hauptländer, auch Kohlestrom und auch Atomstrom, das muss man sagen. Aber der Anteil von Ökostrom im gesamteuropäischen Netz wird größer. Wenn der deutsche Ökostrom, wie Sie vorhin gesagt haben, an den Börsen, wenn der Ökostrom preiswerter wird, wird denn dann auch mittelfristig der Strompreis für uns Verbraucher sinken? Das ist ja das Paradoxon, dass das einerseits der Ökostrom dazu führt, dass der Strompreis an der Börse sinkt, aber gleichzeitig das, was wir dafür zahlen müssen, steigt, weil das ausgeglichen wird. Durch die EEG-Umlage garantiert ja feste Abnahmepreise für den Ökostrom. Und da gibt es von Verbraucherschützern, aber auch von einigen Parteien wie den Grünen doch immer den Hinweis und die Kritik daran, dass der sinkende Börsenstrompreis nicht weitergegeben wird. Angeblich ist es ein Potenzial von ein bis zwei Milliarden Euro, die dann doch an den Verbraucher weitergegeben könnten. Die Diskussion läuft auch hier in Berlin an. Und das war Gabi Kostorz aus Berlin zugeschaltet. Vielen Dank. Viele deutsche Städte leiden unter zu hohen Schadstoffbelastungen. Neben Feinstaub wird auch zunehmend Stickstoffdioxid zum Problem. Die EU-Kommission will das nicht hinnehmen und pocht auf Einhaltung der Grenzwerte. Doch Besserung ist in den meisten der betroffenen Städte nicht in Sicht. Besonders belastend sind neben den Abgasen von Schiffsmotoren oder Dieseldokomotiven natürlich die von Autos. Berufsverkehr in Köln. Wie immer Auspuff an Auspuff. Besonders in engen Straßen ist die Gefahr hoher Stickstoffdioxidbelastung groß. Maximal 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, schreibt die EU vor. Eingehalten wird dieser Grenzwert aber kaum. Heute Morgen etwa lagen die Werte an allen vier Messpunkten in Köln darüber. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren einiges getan. Sie hat die Umweltzone eingerichtet, gerade Anfang des Jahres verschärft. Aber mit den Maßnahmen, die die Städte ergreifen können, sind die Grenzwerte nicht einzuhalten. Tatsächlich ist das Problem nicht auf Köln begrenzt. Vor allem in Ballungszentren wie Berlin, Hamburg und München liegt die Stickstoffdioxidbelastung regelmäßig über dem Grenzwert. Und auch kleinere Kommunen schaffen es nicht, die EU-Vorgabe einzuhalten. Vor allem im dicht besiedelten Süden. Die Vorgabe der EU sei unrealistisch, sagen die Kommunen. Und auch Experten meinen, es geht nur mit bundesweiten Maßnahmen. Strengere Abgasnormen etwa oder Initiativen für weniger Dieselautos, die stoßen besonders viel Stickstoffdioxid aus. Man könnte die steuerlichere Förderung von Dieselkraftstoff vermindern. Dadurch hätte man mehr Benziner. Und man könnte Elektromobilität stärker fördern. Passiert nichts, kann die EU millionenschwere Strafen gegen die Bundesrepublik verhängen. Eine Entscheidung darüber ist aber noch nicht.